Diätlügen, Diätlügen. Es gibt so viele Diätlügen in Printmedien, im Internet, im Fernsehen. Kennst du die Sprüche 5 Kilogramm in 10 Tagen? Kennst du das? Oder kennst du das 20 Kilogramm verlieren mit diesem Produkt? Kannst du das schaffen? Oder kennst du noch ganz altmodisch mit Slimfast habe ich es geschafft? Es gibt so viele Diätlügen und ich möchte heute gemeinsam mit dir mal 5 Diätlügen aufdecken. Weil mir geht das als Apotheker sehr gegen den Strich, dass die Leute so verarscht werden. Und deswegen fangen wir gleich an mit der ersten Diätlüge. Mit der ersten Diätlüge bedeutet Low Fat. Low Fat, kennst du das? So wenig Fett wie möglich essen. Seit 30 Jahren in Amerika implementiert. In Deutschland, du darfst, also weniger Fett. Was hat das gebracht in den letzten 30 Jahren in Amerika? Sag mal, was hat das gebracht? So eine Kurve an Zunahme von Adipositas. Die Nahrungsmittelindustrie, die denkt sich, wow geil, wir können noch mehr verkaufen. Wir können noch mehr verkaufen. Die freut sich richtig, dass man diese Low Fat Diätlüge rausgebracht hat. Und deswegen sage ich, kein Fett ist eines der schlimmsten Diätlügen, die man vor 30 Jahren erfunden hat. Weil es gibt so gute Fette. Zum Beispiel Olivenöl, super gut. Oder Wildlachs mit den Omega-3-Fettsäuren. Also, Low Fat, Nummer 1 Diätlüge, mach es nicht. Die zweite Diätlüge, vielleicht kannst du sie dir denken, die ist im Moment sehr populär. Ja, sehr populär. Die machen wir ganz zum Schluss. Und die zweite, die ich dir jetzt vorstelle, ist FDH. FDH, für was steht das? Für frisst die Hälfte. Frisst die Hälfte bedeutet, du musst verzichten auf irgendetwas. Das ist bei anderen Crash-Diäten auch so. Und was zeigt uns schon die Bibel, was Verzicht ausrichtet, was, ja, die Adam und Eva haben im Paradies gelebt. Was durften sie nicht essen? Den Apfel durften sie nicht essen. Und was haben sie gemacht? Am Schluss, sie waren im Paradies, sie hatten alles, aber sie haben den Apfel gegessen. Und das ist im Menschen ganz normal. Wenn du auf etwas verzichtest, dann machst du es groß, dann wird es immer größer in deinem Kopf. Das ist eine ganz natürliche Handlung vom Menschen. Und deswegen, FDH, ja, für eine gewisse Zeit wird das helfen, aber du musst gucken, was du isst. Was isst du? Also, zweite, Lüge, FDH, bitte nicht. Dann dritte Lüge ist, du musst dich wiegen. Das ist ganz wichtig, dass du Zahlen hast. Was ist der größte Tod? Es ist die Waage, weil wenn du nur wegen der Waage abnimmst, also nur für den Körper, dann vermisst du irgendetwas. Weil, wenn du es nur für den Körper, für den gut ausseiten Körper machst, dann vergisst du dein Gehirn und deine Emotionen mit dem Darm zusammen. Und das ist extrem wichtig, weil wir sind nicht nur eine Hülle, wir sind nicht nur ein Körper. Unser Gehirn, das musst du dir vorstellen, hat zwar nur 2% der ganzen Körpermasse in sich, aber verbraucht über 25% unserer Energie. Und der Darm hat auch über 25% unserer Energie. Und wenn du die einfach aus und vor lässt, sagst du, du machst nur Körper, ja, du machst nur einen Körper, dann funktioniert es nicht. Das bedeutet, ich habe über 100 Kilo gewogen, ja, ich habe über 100 Kilo gewogen. Ich habe Patienten, die Typ 2 Diabetes hatten und Medikamente einnehmen und die haben das jetzt nicht mehr. Die müssen jetzt keine Medikamente mehr einnehmen. Und das geht nur, wenn du dein Gehirn mitnimmst, wenn du eine Mind-Diät machst, wenn du da im Endeffekt drauf eingehst und dann funktioniert der Körper ganz nebenbei. Das ist ein Nebenprodukt, ja. Ganz wichtig ist Emotionen, es ist Gehirn, wir haben Hormone, die wir bilden, wir brauchen eine ausgewogene Ernährung. Also Nummer 3, bitte nicht mit der Waage arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Der Tipp Nummer 4 ist, diese ganzen Diätprodukte, wie diese ganzen Shakes und so etwas, die dir über gewisse Mahlzeiten hinweg helfen. Wenn du die ersetzt, deine Mahlzeiten nur durch Shakes, dann kommst du in eine Mangelernährung rein. Ja, du kommst zwangsläufig in eine Mangelernährung rein und dein Körper wird das nicht lange durchhalten. Das schmeckt erstens dir wahrscheinlich nicht so lange und du wirst danach richtig den Jojo-Effekt haben. Über 90% der Diäten haben den Jojo-Effekt, dass du nach 12 Monaten, wo du einen kurzen Sprint mit sehr großem Erfolg, mit Kilo abnehmen, erreicht hast, hast du mehr drauf nach 12 Monaten. Und das kann es ja nicht sein. Du willst ja dich ernähren, um gesund zu sein, um geistig viel fitter, energiegeladen zu sein, um emotional zufriedener zu sein und dann noch einen geilen Körper zu haben. Das wäre natürlich das Perfekte. Und das kriegst du mit diesem Diät-Lügen nicht hin. Und jetzt kommen wir zum Letzten. Ich habe es dir ja versprochen, Punkt Nummer 5, das ist im Moment die In-Diät-Keto-Diet, die Keto-Diät, Low Carb. Und was bedeutet Low Carb? Low Carb heißt keine Kohlenhydrate. Und das ist einer der größten Fehler, den du machen kannst. Weil, wo sind gute, komplexe Kohlenhydrate sind? Sie sind in Obst, die sind in Gemüse, die sind in Vollkornprodukte. Und wenn du die nicht einnimmst, das sind eine der wichtigsten Nahrungsmittel, die du einnehmen kannst. Und deswegen sage ich dir, Low Carb oder Keto-Diet, natürlich sind die Ketosekörper am Anfang für das Gehirn relativ cool. Und man hat so einen Uhu-Effekt, nenne ich den jetzt einfach mal. Aber langfristig für dein Gehirn, das über 25% der Energie braucht, die braucht wirklich aus den komplexen Kohlenhydrate die Energie. Das ist das, wofür die Funktion am besten ausgelegt ist. Das heißt, Keto-Diät für manche Erkrankungen vielleicht relevant. Es gibt Krebsformen, es gibt aber auch zum Beispiel Epilepsie-Formen, wo Keto-Diät vielleicht sogar Sinn macht. Aber grundsätzlich, der heilige Gral ist es nicht. Jeder Mensch ist anders. Und deswegen, wenn du dazu noch Fragen hast, wenn dich das Thema interessiert, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, dein Frank.